Musik Jetzt sind wir hier in Südfrankreich angekommen mit dem neuen Arteon und konnten wirklich diese tollen Vorzüge dieser Gran Turismo Reiselimousine erfahren. Komfort, keine Windgeräusche, Reichweite, alles toll. Aber jetzt wollen wir es wissen. Jetzt fahren wir rauf zum Col de Vance und wollen versuchen, die ganzen Möglichkeiten der Fahrdynamik hier mal richtig auszutesten. Motorbremse und wissen Sie was? Ich freue mich drauf. Auf geht's! Bevor wir jetzt hier den Col de Vance in Südfrankreich hochstaben, werden wir uns den Arteon mal etwas personalisieren. Das heißt, ihn auf richtig sportlich schalten. Individual und dann gehen wir auf Anpassen. Da geht es schon mal los beim DCC. Da gehen wir hier in Richtung sportlich, über normal hinaus, aber nicht zu sportlich, nicht zu hart. Denn zu hart ist auch nicht gut. Dann haben wir schlechtere Traktion, das Auto springt über die Bodenwellen. Der nächste Punkt ist dann die Lenkung. Das ist auch wichtig, dass wir hier auf Sport gehen. Dann haben wir ein besseres, auch vor allem etwas schwereres, Ansprechverhalten der Lenkung aus der Nulllage raus. Das heißt, die ist nicht so leicht. Man kann nicht so leicht das Fahrzeug überlenken, sondern man hat eine gute Rückmeldung von der Lenkung auf die Straße. Jetzt haben wir noch den Antrieb. Das ist auch gut. Da haben wir nämlich höher gesetzte Schaltdrehzahlen, hier im Automatikgetriebe und ein aktiveres, stärker, schneller sprechendes, ansprechendes Gaspedal. Und dann haben wir noch ein Tüpfelchen auf dem i für uns Automaten. Wir stellen uns den Motorsound ein auf Sport. Wir wollen ja hören, wie der Motor mit uns spricht. So, alles eingestellt. Jetzt geht's los. Hier haben wir den 2-Liter-Vierzylinder-Biturbo-Diesel. Da kommt der Fahrspaß auf. Der hat nämlich schon bei 1.750 Umdrehungen 500 Newtonmeter Drehmoment. Und wenn du da auf das Gas steigst, du merkst sofort, wie das Ding anschiebt von unten raus. Das macht natürlich richtig Spaß. Und wenn man hier jetzt auch in den Kurven unterwegs ist, da kann man mal wirklich mal merken, dass dieses Auto nicht nur eine Reise-Limousine ist, sondern, wenn man Lust hat, dann kann man damit auch mal richtig schön sportlich zu Werke gehen. Was ich so toll finde, ist einfach auch die Agilität des Fahrzeugs. Du kannst sie ja wirklich in die Kurven einlenken. Es lenkt toll ein, es folgt deinem Willen. Und auch die Passagiere, die jetzt noch, wenn sie an Bord sind, die werden nicht rückgeschüttelt. Das Auto hat immer noch eine gute Wankstabilität. Das neigt sich nicht großartig. Das macht immer noch einen sehr guten, stabilen Eindruck. Toll, wie der anschiebt, gell? Wenn der Turbo einsetzt hier, dann geht es richtig vorwärts. Jetzt sind wir die ganze Zeit ja hier ordentlich bergauf unterwegs. Wenn wir jetzt runterfahren, dann kommt für mich auch in dem Auto, was ganz wichtig ist. Wer weiß, dass ich sehr viel Wert auf gute Bremsen lege. Hier ist eine 17-Zoll-Bremsanlage verbaut. Und ich kann Ihnen eines sagen, die lässt wirklich keine Wünsche offen. Und das gehört auch für mich zu einem perfekten Auto. Gehört auch eine perfekte Bremsanlage. Zu einem perfekten Fahrwerk gehört ja auch ein guter Reifen, muss man sagen. Der muss auch dazu passen. Und gerade hier beim Arteon haben wir eine große Bandbreite, die Sie sich aussuchen können, von 17 bis 20 Zoll. Und gerade je größer die Bereifung, umso mehr denkt man ja an Komfort-Einbußen. Das bringt nur im sportlichen Fahren was. Hier weit gefehlt. Man hat für diese Bereifung spezielle Fahrwerke entwickelt. Und auch der Reifen ist speziell für den Arteon entwickelt worden, mit seinen Seitenländer-Konstruktionen. Dass du auf der einen Seite natürlich einen guten Komfort hast, was die Stößigkeit angeht, was Querriffen angeht. Und andererseits eine tolle Performance. So, und jetzt hier oben am Cologne-Devance angekommen, haben wir den schönen Beethofer hier gut drauf pilotiert. Und jetzt haben wir noch einen Schmankerl, nämlich den Arteon 2.0 TSI. Auch mit Allradantrieb natürlich. Und da werden wir jetzt mal richtig ein Hochdrehzahl-Konzept hier richtig mal ausprobieren. Der Motor ist ja bekannt aus dem Golf Performance GTI und aus dem Air Golf. Und das natürlich auch, was sehr lustig ist, weil du hast jetzt hier ein Auto mit einem Motorkonzept, wo man richtig schön hochdrehen kann, drehzahlfreudig. Das hört man schon hier, wenn man hier hochbeschleunigt, wie das toll geht. Und das Tolle ist, mit diesem Drehmoment, das fängt schon an bei 1700 Umdrehungen und geht bis knapp 6000 Umdrehungen. Das heißt, man hat über den ganzen Bereich eine tolle Gasannahme, tolle Leistungsentfaltung. Also mit dieser Konfiguration kann man auch sehr sportlich und sehr schnell um die Ecken fahren. Das ist ein Jahrzehnt. Und das ist es, wir haben die Ecken. Und das fahren in der Zeit es uns in den ganzen Welt, der es um die Ecken und der Autoppoche soll weiterentwickeln. Und das ist es, wir haben da, Vielen Dank.